Der öffentliche Rundgang fängt hier am Gelben Aufstellen in der Nähe des Kronentores am Zwinger an. Und zuerst wird eine halbe Stunde etwa der Zwinger erklärt, warum der so heißt, was hier war, was hier ist. Auch zu allgemeinen Dingen, wie Schwärze des Sandsteines, Zerstörung und so weiter wird erzählt. Und Sie können halt auch nur den Zwinger betrachten und sich diesen erklären lassen. Wir gehen dann weiter zum Theaterplatz, zum Schlossplatz, Polsche Terrasse, Fürstenzug, Stallhof, Neumarkt, Frauenkirche. Und vom Neumarkt aus wird der Altmarkt erklärt mit den Sehenswürdigkeiten, um dann von hier aus wieder zurück zu gelangen zum Aufsteller. Bis demnächst. Herzlichst, Ihre Sima, Sigrid Markstein, aus Sachsen. Ich bin Leipzig, wie die Kasse hier. Es kann mal ein Stückchen. Wir nutzen auch. Und dann haben Sie noch ein paar Krobicena. Vielen Dank.